Linke werden also auch bei der Wikipedia als Rechte inszeniert und eine spezifische Form von Gesellschaftskritik diffamiert? Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gerke hat, wenn auch nicht zum Komplex Wikipedia, so aber doch zu Methode und Vorgehen unlängst ja ein Buch geschrieben, in dem er einen immer weiter um sich greifenden Rufmord gegen Linke konstatiert. Der Wahnsinn scheint also Methode zu haben. Ja, offensichtlich geht es darum, die Öffentlichkeit von der Friedensbewegung abzulenken bzw. dem Zuschauer zu empfehlen, nicht mit den Schmuddelkindern zu spielen. Auffällig ist dabei, dass sich die Journalisten der Leitmedien durch die Bank einig sind, dass die Friedensbewegungen in ihren verschiedenen Ausprägungen Unrecht hätten und im politischen Spektrum weitestgehend rechtsaußen einzuordnen sein. Nach meinem Empfinden ist so eine Meinungsgleichheit ohne Absprachen und Steuermechanismen kaum zu erreichen. Und diese Absprachen erfolgen anscheinend tatsächlich über proamerikanische Thinktanks, also transatlantische Lobbyorganisationen, in denen Elitejournalisten, also zum Beispiel Chefredakteure in TV-Sendern oder Herausgebern von Zeitungen, auf die Linie der US-Administration gebracht werden. Die Protagonisten der Sendung Die Anstalt im ZDF, Max Uthoff und Klaus von Wagner haben dazu in einem kritischen Beitrag vom 29. April 2014 genau diese transatlantischen Netzwerke beleuchtet. Man findet diesen Beitrag ebenfalls auf YouTube unter den Stichwörtern Anstalt Josef Joffe. Eine sehr amüsante Art, etwas zu diesem ernsten Thema zu lernen. Zum Ende des Beitrags vergeht einem aber schnell das Lachen. Dann nämlich, wenn formuliert wird, dass diese Leitmedien wohl doch nichts anderes als ein Ableger der NATO-Pressestelle sind. Hätten Sie noch ein, zwei konkrete Beispiele parat? Wie war das bei Daniele Ganser? Und welche Fälle gibt es noch? Im Artikel zu Dr. Ganser werden beispielsweise unwahre, respektive nicht verlässliche Textquellen zitiert. Und das, obwohl die Autoren der Wikipedia auf die Unrichtigkeit der Quellen hingewiesen worden sind. So wird etwa eine Rezension des Historikers Professor Gregor Schölgen zitiert, die in einem wesentlichen Teil sachlich nachweisbar falsch ist. Diese Rezension wird demnach genutzt, um Gansers Ruf zu beschädigen. Schölgen unterstellt Ganser unrichtigerweise, dass dieser in seinem Buch NATO-Geheimarmeen in Europa von einer NATO-Geheimarmee in Deutschland und divisionsstarke schreiben würde, obwohl es sich in Deutschland nur um weniger als 100 hauptamtliche Kämpfer und 500 Helfer gehandelt haben. Ganser schreibt in seinem Buch aber tatsächlich nichts von Divisionsstärke, sondern auf Seite 315 von 75 Vollzeitmitgliedern und 500 Geheimdienstmitarbeitern. Wer sich das Buch von Dr. Ganser nicht kauft, kann diesen Sachverhalt nicht nachvollziehen. Der verantwortliche Autor der Wikipedia übernimmt jedoch ungeprüft die unrichtige Rezension von Professor Schölgen und beharrt trotz der angemahnten Fehler auf der falschen Darstellung. Da kann man nur reine Absicht unterstellen. Schaut man sich den Artikel zu Ken Jebsen an, fällt einem sofort der durchweg unsachliche Ton ins Auge, der den ganzen Artikel wie ein roter Faden durchzieht. Es geht den handelnden Personen offensichtlich primär darum, Ken Jebsen als Verschwörungstheoretiker, Holocaust-Leugner und Antisemiten darzustellen, obwohl die Quellenlage das gar nicht hergibt. So liest man im Artikel beispielsweise eine Diskussion der Quellenlage zum genannten Begriff Antisemit, die hier schlicht nicht hingehört. So etwas kann man auf den Diskussionsseiten zum Artikel abhandeln, aber doch nicht im Hauptartikel selbst. Hierzu ist es auch wichtig zu wissen, dass der ursprüngliche Antisemitismus-Vorwurf zu Ken Jebsen ausgerechnet von einem Herrn Broder stammt. Dieser ist nachweisbar sachlich falsch und vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Wenn man das aber recherchiert hat und also weiß, muss man diesen Sachverhalt nicht mit Pro und Contra im Artikel zu Ken Jebsen diskutieren, um dann genau dort final festzustellen, dass die Quelle von Herrn Broder in mehreren anderen Quellen als falsch bewertet wird. Das ist als gezieltes Schmutzwerfen anzusehen, das womöglich darauf abzielt mit aller Gewalt und durch ständige Wiederholung des Wortes Antisemit, diesen Begriff mit der Person Ken Jebsen psychologisch in Zusammenhang zu setzen. In Sachen Gehirnwäsche der Leser ein recht geschicktes Manöver. Tatsache ist jedoch, Ken Jebsen ist kein Antisemit, sondern Friedensaktivist. Und wie wird derlei Meinungsbildung konkret exekutiert und wittern sie gezielte Manipulation oder handelt es sich eher um ein Nachvollziehen der Lügen der Massenmedien? Das ist eine gute Frage. Während ich anfangs von Überzeugungstätern ohne äußere Steuerung ausgegangen bin, scheint es mir inzwischen doch eher wahrscheinlich, dass ein äußerer Einfluss auf die manipulativ arbeitenden Wikipedia-Autoren besteht. In welcher Form diese Einflussnahme stattfindet, kann ich nicht sagen. Und selbstverständlich muss man auch in Betracht ziehen, dass rufschädigende Textpassagen gegen Bezahlung in die Wikipedia eingebaut werden. Insbesondere bei den Autoren, die quasi rund um die Uhr in der Wikipedia aktiv sind, steht natürlich dieser Verdacht im Raum. Wir sind diesbezüglich aber weit entfernt von irgendwelchen Nachweisen oder konkreten Indizien. Im Moment handelt es sich hierbei lediglich um eine Arbeitshypothese. Und was bedeutet das für uns als Nutzer der Wikipedia? Ist dieselbe als Quelle und Informationsmedium denn überhaupt noch brauchbar oder scheidet wegen Unsauberkeit hier inzwischen aus? Die Manipulatoren in der Wikipedia profitieren davon, dass die Wikipedia vom unbedarften Leser als professionelles Lexikon wahrgenommen wird, was die Wikipedia in großen Teilen nie gewesen ist. Anders als beliebige Zeitungsartikel genießt sie aber dennoch eine hohe Reputation. Hier ist also zu beobachten, dass die Manipulatoren in den zumeist personenbezogenen Artikeln der Wikipedia vom Ruf der Wikipedia unter anderem im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich profitieren. Andersherum färben diese schlechten Artikel auch in den naturwissenschaftlichen Bereich ab, so dass Kollegen und Dozenten an Universitäten die Wikipedia dort nicht mehr als Quelle zulassen. Wir haben also ein parasitäres Verhältnis der manipulierten Artikel zum Rest des Online-Lexikons. Ich selbst sehe natürlich eine hohe Qualität der Artikel beispielsweise in der Biologie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dort sehr viele hochqualifizierte Biologen ihren Beitrag zur Allgemeinbildung der Gesellschaft leisten wollen. Das ist ihnen hoch anzurechnen. Und die Artikel, die dabei entstehen, kann man nur mit den Schulnoten gut bis sehr gut benoten. Solche Artikel sollten natürlich von den Fachkollegen auch als Quelle zugelassen werden, genauso wie diverse Lehrbücher aus dem universitären Bereich auch als Sekundarliteratur in Facharbeiten aller Art zugelassen sind. Es ist wichtig, dass all diejenigen, die redlich an der Fortentwicklung der Wikipedia arbeiten, erkennen, dass es in ihrem ureigenen Interesse liegt, die Gemeinschaft der Wikipedia-Autoren von solchen Benutzern zu säubern, denen prinzipiell nicht an einer sachlich korrekten Arbeit im Online-Lexikon gelegen ist. Und da spreche ich ausdrücklich nicht nur die Schreiber in den Naturwissenschaften, sondern auch diejenigen in den Geisteswissenschaften an. Der Ruf der geisteswissenschaftlichen Artikel leidet besonders unter den manipulatorischen Aktionen einiger Autoren. Aus der Petition Transparenz auf Wikipedia, Zitat Das System des Online-Lexikons Wikipedia ist intransparent und muss dringend reformiert werden. Redakteure und Administratoren der Wikipedia können bisher anonym bleiben. Bei einzelnen Korrekturen von Nutzern werden im Zweifel nur IP-Adressen gespeichert, die spätestens auf längere Sicht keinerlei Urheberschaft mehr als nachweisbar erhalten. Die Infoseite über die Funktionsebene der Administratoren enthält weder Bemerkungen zu einem Begriff wie Klarname noch problemorientiert zum Aspekt der Anonymität. Diese Funktionsweise ist das Einfallstor für intransparente, undemokratische und manipulative Einwirkungen auf das Online-Lexikon. Jede Art der Einflussnahme ist hierdurch möglich. Vertretung individueller Interessen, kommerzielles Engagement einzelner oder sogar organisierter bezahlter Autoren im Auftrag von Industrieunternehmen politisch motivierte Korrekturen durch Geheimdienste einzelner Staaten. Zitat Ende Und wie soll es nun weitergehen? Gibt es Ideen, wie die Wikipedia von Verdrehungen und Manipulationen zu befreien wäre? Die Befreiung kann nur in der Wikipedia von innen heraus geschehen. Wir werden beobachten, ob sich da in den nächsten Wochen und Monaten etwas zum Positiven entwickelt. Ich selbst hoffe darauf, dass sich all diejenigen Benutzer der Wikipedia zu Wort melden, denen an sachlichen und ideologisch möglichst ungefärbten Artikeln gelegen ist. Es bleibt also zu wünschen, dass der eine oder andere engstirnige Autor der Wikipedia in seine Schranken verwiesen wird. Wir müssen daher Manipulation beim Namen nennen, damit das bisherige Treiben hier aufhört. Der Film macht den Anfang dazu. Noch ein letztes Wort? Gern, sappere Aude! Markus Fiedler ist Diplombiologe, arbeitet als Biologie- und Musiklehrer und ist Gastdozent für das Fach Integrated Media an der Karl-von-Ossietzki-Universität Oldenburg. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Wir freuen uns über jede Hilfe! Vielen Dank für Sie! Vielen Dank.